Der Linzer Mariendom, auch neuer Dom genannt, ist spiritueller Ruhepole und lebendiger Kulturraum zugleich. Der Innenraum und auch der Domplatz hier werden immer wieder zu Veranstaltungszentren für spannende Lichtinstallationen und mitreißende Konzerte. Taucht einen das inspirierende Licht der Glasfenster und entschleunigt vielleicht dabei. Und manchmal kann man auch den Turmeremiten begegnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017